Der digitale Wandel stellt die Metropolen vor fundamentale Herausforderungen in der Infrastruktur, im Verkehr und in der Organisation von Gemeinschaft. Mit Hammer Brooklyn Digital Campus entwickeln die Interpol Studios eine Heimat für den digitalen Wandel in Hamburg. Ein realer Ort, an dem Menschen aus allen Bereichen den kollaborativen Austausch suchen zu den digitalen Themen, die das Stadtbild von morgen prägen. In zentraler Lage am Stadtteich finden smarte Köpfe aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Campusareal einen Ort, um gemeinsam Antworten auf die Fragen der Zeit zu erarbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020